Hallo Leute, ihr habt mich ja die Frage gestellt, ob ich ein Vorbild habe. Ja, es gibt ein Vorbild von mir, der lebt aber im Urwald, der heißt Paschito und er schwimmt mit einem 5 Meter langen Raubkrokodil im Wasser und das Krokodil heißt Pocho und wenn ihr mir nicht das glaubt, zeige ich euch die Bilder. So Leute, ich zeige euch die Bilder. Hier ist das Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte und das ganz Letzte. Das ist der Beweis. Dieser Mann schwimmt mit einem Raubkrokodil. Ein 5 Meter langes Raubkrokodil.